Wesselow Bau, damit Sie hinterher gut dastehen. Seit über 100 Jahren als Familienunternehmen in vierter Generation mit über 50 Facharbeitern realisieren wir schlüsselfertige Eins-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser. Genau wie Komplettlösungen im gewerblichen Bereich. Zudem übernehmen wir die Ausführung von Rohbauarbeiten in allen Größenordnungen. Von der Kleinstreparatur bis zur Erstellung ganzer Gewerbeparks. Mit unserer fachlichen Qualifikation und unserer modernen Ausstattung erfüllen wir Ihre Ansprüche, bei größter Liebe zum Detail. Dabei begleiten wir unsere Kunden ab der ersten Idee bis zum fertigen Projekt und übernehmen zudem die Erschließung und Projektierung von Baugebieten inklusive der kompletten Projektausführung für Investoren. Heute wie auch in Zukunft. Wesselow Bau, damit Sie hinterher gut dastehen.